so einen wunderschönen guten morgen an dieser stelle ich bin nicht allein heute und wir werden nicht die hohe hacke wenn wir nicht in schuhe schaufeln jawohl wir melden uns später wieder ja gut nach, mach los also, hast du ja meine Füße, also kniffst du das jetzt schon auf? oh fein, aber hauptsache ich kann ja drauf laufen aber das legst du mir ja bei, ne? ja 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 Hallöchen, wir haben uns gerade gestärkt ja, zur Feier des Tages gab es ein Cappuccino mit Sahne mit Sahne denn wir sind fündig geworden wir haben ein paar wunderschöne rote Schuhe für Antje gefunden die wir natürlich dann im Lauftraining nochmal genauer unter die Lupe nehmen ja und jetzt shoppen wir noch ein bisschen weiter ja auf jeden Fall noch mal ja 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 ja